Viele von euch haben diesen Katzen hier aus Warrior Cats ihre Stimme gegeben. Diese ganzen Stimmen wurden dann in große Umfragen gepackt. Danach hattet ihr zwei Wochen Zeit auszusuchen, wer die beste Stimme für diesen Charakter hat. Und so ist es jetzt dazu gekommen, dass aus 80 Einsendungen die besten 5 gefunden wurden. Diese 5 werde ich euch nun zeigen. Da es aber für Sandsturm und Blaustern so viele Einsendungen gab, werde ich euch da noch zusätzlich die Top 3 Stimmen einblenden. Und mit diesen fangen wir jetzt an. Hier sind Platz 3 und 2 für Sandpfote. Das ist das Beste an Patrouillen. Du kannst selber essen, was du fängst und musst es nicht dem Klaren bringen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Jagdpatrouillen ich schon beinahe verhungert wäre. Tut mir leid, Weißpelz. Ich hatte nur nicht erwartet, dass ich zusammen mit einem Hauskätzchen trainieren muss. Das ist alles. Und hier sind Platz 3 und 2 für Blaustern. Tigerkralle, ich will, dass du zwei Truppen zusammenstellst. Einen, der den Angriff führt. Einen als Reserve. Ihr müsst so schnell wie möglich aufbrechen. Feuerherz, du musst mir wahrlich nicht erzählen, wie schwer meine Entscheidung war. Ich habe viele Nächte deswegen wachgelegen und mich gequält, was das Beste für meine Jungen wäre. Das Beste für mich, für den Clan. Jetzt kommen wir zu den Stimmen, die ihr für diese ganzen Katzen am passendsten findet. Das hier sind also die Stimmen, die gewonnen haben. Fangen wir an mit der Stimme für Langschweif. Einmal Hauskätzchen, immer Hauskätzchen. Unser Clan braucht weltgeborene Krieger und nicht irgendein weiteres Weichmäuschen, das gefüttert werden muss. Mit dir kommen? Tigerkralle? In die Verbannung? Ich? Nein, ich kann nicht. Ich bleibe dem Donnerclan treu. Und nun euer Favorit für Löwenherz. Du solltest nicht zu nah zum Zweibeinerort gehen, Graupote. Danke für die Vorstellung, Graupote. Blaustern, das ist ein Hauskätzchen. Er sollte nicht auf den Donnerclan-Territorium jagen. Schick ihn nach Hause zu seinen Zweibeinern. Jetzt kommt eure Wahl für Feuerpfote oder Sammy. Aber das ist doch dumm. Warum können die Clan sich zusammenarbeiten und sich die Jagdgründe teilen, statt sich gegenseitig zu bekämpfen? Ein kluger Krieger macht sich Freunde, wo immer er kann. Und nun Platz 1 für Blaustern. Nicht einmal der Sternenclan sieht alles, was passieren wird. Und ich werde ein zehntes Mal sterben, um den Donnerclan zu verteidigen. Und zu guter Letzt eure Wahl für die Stimme von Sandpfote. Er riecht wie ein Hauskätzchen. Sagt bloß nicht, dass ich mein Nest mit diesem widerlichen Gestank teilen muss. Ich hatte nur nicht erwartet, dass ich zusammen mit einem Hauskätzchen trainieren muss. Das ist alles. Und damit ist dieses Projekt beendet. Danke an alle, die abgestimmt oder vielleicht sogar mitgemacht haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr von diesem Projekt sehen wollt. Und falls ja, welche Katzen dann eine Stimme bekommen sollen. Jetzt würde ich mich noch sehr über ein Abo freuen, denn dieses Projekt war nicht ganz einfach umzusetzen. Wir hören uns im nächsten Video. Und bis dahin, möge der Sternenclan euren Weg erleuchten.